Was ist mit Abstand das beste Gerät auf dem Markt, um aus entweder Gräsern, Baumblättern oder Wildkräutern das Maximum an Nährstoffen rauszuholen? Was heißt das? Wenn ich etwas kaue, dann kann ich maximal 20% der Nährstoffe daraus extrahieren, weil der Biss die Kraft von meinem Biss, mein Kauen an sich, sehr stark abgenommen hat. Das heißt, wir kauen viel zu wenig. Ein Biss müsste 150 Mal gekaut werden, damit ich auch nur ansatzweise an die Nährstoffe rankomme, wie es dieser Endeducer tut. Beim Smoothie, einem Hochleistungsmittag mit 20.000 Umdrehungen, schaffe ich 80% der Nährstoffe zu absorbieren und hier 100%. Das heißt, wenn ich hier das entsafte, sind die ersten Sekunden entscheidend, denn ich trinke eigentlich pures Licht. Wieso? Weil die reine Essenz wird aus diesem Gras oder aus diesen Baumlättern oder aus diesen Wildkräutern rausgequetscht und das ist quasi das Blut. Jetzt hört sich ein bisschen merkwürdig an, aber das Blut der Pflanze, der Pflanzengeist und das Licht der Pflanze.